Alter, warum leckt das so kurz? So. Ganz schnell da hingehen und den Spawner kaputt machen. Nein. Jawoll. Spawner kaputt. Und was haben wir? Essenz of Aluminium. TNT Card. Okay, zu der Hexe kommen wir später irgendwann nochmal. Aber die bringt uns jetzt nichts. Hier muss es ja bestimmt noch irgendwas Spezielles geben. Also wir haben schon mal Aluminium Seed gefunden. Das ist schon mal sehr geil. So, wir gehen weiter auf die Reise. Und zwar in die Richtung ist unser Zuhause. Also gehen wir schräg weiter. Alles was wir kriegen nehmen wir mit. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Wood Ash. Das baut ja immer ein bisschen auf und dann leckt das so. Aber ist normal. So, weil man halt eben die Chunks nicht vorgeladen sind. Also wie es aussieht, ist da hinten ja schon Ende, oder? Das ist das Schatten-Bug wieder. Ich glaube, wir laufen einfach normal rum. Reicht noch nicht. So, da hinten. Ist keine Höhle, aber da ist noch irgendwas anderes. Da hinten ist auch wieder Wasser. Hier ist Lava. Ich schreibe das mal auf. Ach nee, brauchen wir nicht unbedingt, weil es ist eigentlich egal. Genug Lava bei uns. Geht's in die Höhle rein. Geht's da noch weiter rein, oder war's das schon? Oh, da kann man reingehen. 24, fackeln. Ich hoffe, wir finden das, was wir suchen. Wir finden das, was wir suchen. Die Schnauze, Mistkölter. So. Gucken wir mal, vielleicht finden wir hier Pölze. Nee, sind keine. Eigentlich voll die Fackelverschwendung, das ich hier mache. Aber es geht nicht anders. Das Lied habe ich auch noch nicht gehört. Ist aber echt schön, das Lied. Da fangen wir auch schon. Wir haben mal hier runter. Hier unten muss bestimmt auch noch was sein. Da ist auch nichts. Scheiße. Nimm mal die Fackeln wieder mit, weil warum soll man hier Fackeln verschwenden? Einfach nutzlos. Passt so gut. Und deshalb. Lol. Nein. Das ist ein Ender-Mini. Ich dachte, das wären schon... Okay, ich glaube hier sind wir schon mal richtig. Komm, Zombie, stirb. Stirb. Kupfer ist das. Wir können noch weiter runter. Oder weiter hier drüben hin. Aber ich denke mal hier hinten ist nix sonderes mehr, aber ich brauche Pilze verdammt. Es geht mir voll auf den Sack. Also mit Mutantes brauchst du es nicht machen, weil es einfach zu lange dauert und du brauchst extrem viel von dem Zeug und dann verkackst du es und dann bringt es dir auch wieder nix. Ich denke wir gehen ja hier weiter. Hier scheint auch nix zu sein, außer... Scheiße. Es war der Elefant gerade, der neben mir sitzt. Hat mich voll gespuckt, der Elefant. Aber jetzt geht es weiter. Es ist blöd immer, wenn man Elefanten neben sich sitzen hat. Weißt du, dann zaut er dich ein und so. Ich denke mal, wir gehen hier runter. Die einzige Möglichkeit, an irgendwas Speziellen zu kommen. Aber ich denke mal, wir werden einen Pilz finden. Ach, wir finden jetzt irgendeinen Pilz in einem Scheiß-Dingens da, sonst sind es Essenceberry-Bushes. Okay, da unten ist irgendwas. Wir können den hier kaputt machen. Den... Komm, wir nehmen den Dreck hier mit. So, den kann man auch wegmachen. Kann man den hier auch wegmachen, dann kommen wir hier schön runter. So, aber ich möchte hier auch noch hin. So. Genau, jetzt haben wir hier unsere Büsche. Alter. Da richtige Todesfalle. So, futtern wir erstmal was. Ich habe schon gesehen, was hier los ist. Da unten ist ein richtiger Lavasee. Okay. Ich glaube, das ist keine gute Idee, dass wir hier runter gehen. Schnauze jetzt. Oh, scheiße. Nicht der... Oh, nicht dieser Creeper. Nein. Das ist ein Pfeil. Hier ist nichts mehr. Verdammt, ey. Verdammt, ey. Also, hier gibt es nicht das, was ich will. Dann gehen wir lieber weg hier. Äh, wo... Da unten. Das ist auch nicht, was wir wollen. Boah, es ist richtig bescheuert, dass ich hier rumlaufe. Das Größenwahn ist das. Ich muss ja weg. Ist keine gute Idee, hier zu bleiben. Wir gehen wieder nach oben. Ich glaube, das ist besser. Weil hier finden wir eh nicht das, was wir suchen. Anscheinend. Ja, ja. Der Ender-Mini. Wir haben schon zwei gekeilt von denen. Und wir waren... Oh, nein. Es wird wieder Tag. Wir müssen einfach zurück gehen. Ich glaube, wir sind richtig. Boah, nicht, dass ich die falsche Richtung jetzt laufe Laufen Ja doch, das ist die richtige Richtung Doch, weil hier war ein Laberbecken und so ein Scheiß, genau Laufen bloß gerade eine andere Route entlang Oder, ist es immer richtig? Minus 300 Ja, ja, wir sind richtig, auf jeden Fall Ich muss hier weg Ist hier eine reinste Todesfalle Genau, da hinten ist schon Spienen-Nest Immer schön in die Richtung Dann kann man auch nach Hause Dann sind auch Bienen-Nester LOL WTF Was war das? Hä? So Drecksviech Small Oh Gott, nein Wir sind falsch Wir sind verloren Oh Gott 360 3.400 Wir sind richtig Wir sind richtig, aber Nicht hundertprozentig 3.400 Oh mein Gott Ich hasse es mit Koordinaten Ganz echt Die Minikarte fehlt einfach Das ist so bescheuert gemacht Da hinten ist was Da ist ein Haus Schnell, wir müssen zu einem Haus hin Das war das Haus Das war das Haus, das wir letztens gesehen haben Das ist richtig Ich hoffe Ne, das ist es nicht Ein anderes Komm, lass mich rein Nein Dein Maul Nein, Tür zu Alter Leck mich fett, Mann Dem können wir tauschen Super Nice So, Zimmer im Arsch Jetzt muss ich bei Hopgoblin übernachten Ich kann hier keinen reinlassen Boah, wir sind umzingelt Wir haben so verkackt So, wir sind Äh, falsche Koordinaten Auf jeden Fall Wir müssen in die In die Richtung müssen wir Gehen Wir müssen raus Und dann geradeaus Dahinter Dann kommen wir dahin Boah, was Wie ätzend Batman Wir sind Batman Oder was Essence of Aluminium Ich habe keinen Bock Das zu verlieren Ich weiß nicht Was die Rollen sind Kompanions Oh Mann Wir sind verloren Ja, das ist ein Bett Dieser Homo-Goblin Boah, wir müssen jetzt Die ganze Nacht hier abwarten Boah, deine scheiß Nase Unser neues Zuhause Können uns auf diese Britsche Da drüben legen Er wird uns nicht angreifen Wenn wir ihn angreifen Das weiß ich schon mal Für die Richtung stimmt Es sieht ja alles gleich aus Das ist das Problem Oh je, Mini Können wir mal gucken Was wir so haben Für Quests Und drüber reden Ob wir die fertig kriegen Da war doch vorher noch eine Quest Was von Leben Wir brauchen Strawberry Seeds So Wow Wir kriegen ja die Blueberry Blackberry Melonen Seeds Denk natürlich Pumpkin Seeds Aber Pumpkin Seeds Kriegen wir nur Karotten Und Potatoes Dann kriegen wir Pumpkin Seeds Genau, ja, ja Und dann kriegen wir Raspberry Melonen Karotten Kriegen wir Blackberry Pumpkin Seeds Kriegen wir dadurch Karotten Seeds Kriegen wir dadurch Bei Ladona Und Seeds Ja, haben wir sowieso Gut Aber Ach, das ist ein Bug Ach so Chickens Pumpkin Seeds Brauchen wir Was müssen wir alles machen Da kriegen wir Nach, nach Tiere Kriegen wir Schweine Jawohl Zombie Witch Kriegen wir dann Bad Ah, Standard schon Es wird schon der Tag Kriegen wir dann noch Spider Kriegen wir dann noch Ein Creeper Ein Slime Ocelot Skeleton All Night Wolf Schaf Ich möchte noch Ne Kuh haben Genau Das kann Be very useful Resource In X Might be Just the basic You need to Bring back Oder from Alive Next Stop Chickens 16 Eier Alter Geh doch nicht raus Ah, wir können raus Ich hoffe es ist sicher draußen Wir müssen in die Richtung Können endlich weiter Ich hoffe wir kommen jetzt Auch da an Wo wir hin wollen Alle brennen Wir kommen auf jeden Fall In die richtige Richtung Schon mal Naja, wir sind ziemlich weit weg Von zu Hause Können wir uns sagen Dann ist noch ein Spinnreiter Oder ein Chicken Ein Chicken Rider ist das Jawohl Ein Chicken Rider Komm her Ah, kacke Wir haben kein Ei gekriegt Wenn wir vielleicht Da hinten Ist unser Zuhause Wir waren da drüben Achso Jetzt ist eh egal Wenn wir sterben Aber Auf dieser kleinen Insel Da drüben Hätte ich auch gerne gebaut Also generell im Meer Aber wenn du einmal Reinfällst Bist du tot Ja, das war die kleine Reise Die uns nichts gebracht hat Außer die Aluminium Seeds Die wir gefunden haben Sehr spannend Weil es finden ja hier unten Irgendwelche Seeds Aber ich glaube auch nicht Also diese Brauchen wir Mit 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 So Ein bisschen Ne So Der Enderman hat hier Gegrieved Der hat mir Block Weggenommen Ich weiß schon welchen Block Den Block Hat er Ja genommen Wir können hier Das zu machen Das brauchen wir Eh Dann holen wir Noch ein bisschen Fleisch Und dann machen wir Mal Ende Irgendwas zu essen Ich muss Irgendwie versuchen An so einem Beschissenen Ja Dingens zu kommen Essence of Aluminium Haben wir gekriegt Das ist schon mal Cool Weißt du was Ich packe jetzt Jeden scheiß Hier rein Es ist Egal Ob das hier Reinpasst Oder nicht Hauptsache Ich hab den scheiß Hier los So Die Trucking Brauchen wir Dann können wir Auch reinschmeißen Den Quatsch Äh Das lassen wir Das brauchen wir Auch noch Ja Dann würde ich sagen Machen wir Hier mal Schluss Und Und Von Unser Ziel Genau Das hier Können wir nicht Machen Aber wir können Die Quests Hier machen Weak Essence Und ich informiere mich Ein bisschen Und spiele ein bisschen Weiter Und mache Ein bisschen Mal Die Gegend Schöner Und wir sehen uns Beim nächsten Mal Wieder Tschüss bei Minecraft Faceland